Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, und heute möchte ich euch ein richtig geiles Schnäppchen hier vorstellen, auf das mich der gute Outdoor-Buddy aufmerksam gemacht hat. Ein EDC-Tray oder Taschenentleerer, wie der Fachmann auch auf Amazon sagt. Wie ihr sehen könnt, das Teil hier, gleich am Anfang, geschmeidige 13,99 Euro, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, absoluter Hammerpreis und was ihr für dieses Geld bekommt, das zeige ich euch jetzt. Erstmal seht ihr hier, da geht ordentlich EDC rein. Wir haben hier zwei Messer, die aktuell meinem EDC sind, mein schönes Victorinox und hier mein Bestman, ganz schön staubig, ganz schön traurig, naja, direkt aus der Hosentasche, das ist alles live und direkt und ihr wisst Bescheid. Also Messerchen passen da gut rein. Ich habe noch hier den hier, habe ich ab und zu nochmal dabei. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an diese Scheiben, kleister Dinger? Naja, habe ich geschenkt bekommen von dem guten Kevin, beste Grüße gehen raus. Ja, mega geiles Teil. Ansonsten Portemonnaie, Schlüssel, Taschenlampen, Coin etc. Alles passt hier wunderbar rein, weil wir haben hier eine Größe von 23,9 mal 19,8 mal 4,8 in der Höhe und das, wie ihr sehen könnt, ist für mich persönlich die absolut perfekte Größe. Es ist nicht zu groß, es nimmt nicht zu viel Platz weg, aber wie ihr sehen könnt, ging gerade so alles mögliche aus der Hosentasche hier wunderbar rein. Also wir haben keine Platzprobleme. So, kommen wir mal zu dem Teil an sich selber. Das Teil besteht aus Kunstleder, also sprich ist vegan, ja, aber es fühlt sich an wie echtes Leder und die Verarbeitung ist der Wahnsinn. Wie ihr sehen könnt, die Nähte, das ist schon top gemacht und das Leder sieht auch richtig, es fühlt sich auch richtig so ein bisschen wie Wildleder an, also es ist schon richtig, richtig stark. Also wenn ihr hier auch die Struktur sehen könnt, also das ist schon richtig schön hier und ihr habt den Vorteil, das Teil kommt hier mitten in der Mitte mit so einem kleinen, ja, Abtrenner quasi, von dem ihr dann quasi den Bereich abtrennen könnt. Den könnt ihr raus machen, denn dann habt ihr quasi eine riesengroße Schale, je nachdem wie ihr Bock habt. Und das Schöne ist, das Teil lässt sich auseinandernehmen und ihr könnt es sogar theoretisch, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, die nehmen das dann so mit in den Urlaub und packen sich das einfach so in die Tasche rein und dann können sie abends im Hotelzimmer zack, das hier kurz zusammenklippen. Funktioniert übrigens richtig gut, ne, also die, das muss ich auch nochmal sagen, hier die Ecken, das sieht richtig ordentlich aus, weil es gibt andere Teile, die sehen dann halt so richtig labbelig aus hier in den Ecken und hier ist es aber ziemlich gut zusammen, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Hier auch, ja, also ihr wunderbar könnt das hier zusammenklippern und habt dann hier so ein richtig schönes Teil. Also alles in allem für das Geld ein absolut cooles Teil. Wenn ihr sowas sucht oder noch nicht gesucht habt, aber jetzt vielleicht sucht wollt, dann wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link dazu und ich würde sagen, gebt mir ein bisschen Feedback, wie es euch so gefällt und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, Cheers! Tschüss!